Sie sah nach gar nichts aus, dann traf sie ihn, er sagte, wenn du lächelst, bist du schön. Sie sagt, das glaube ich nicht, ich sehe nach gar nichts aus. In unserem zweistündigen Musikprogramm gehen wir durch diverse Sparten, wie zum Beispiel Jazz, Pop, Schlager bis hin zum Chanson. Sie können sich aber komplett zurücklehnen, weil ich singe alles auf Deutsch. Da wo du bist, ist der Nabel vor Welt, weiss jetzt, was mir all die Jahre so gefällt. Dein Herz ist mein Werk, deine Kabel sind spitz, und wenn ich keine Jären, wischst du mir das Netz. Die Ewe, die Fisch, die lass ich nicht mehr raus. Da wo du bist, bin ich endlich daheim. Unser Programmtitel «Du lässt dich gehen» entstand der Federer vom Chansonnier Charles Aznavour, der das unter anderem eben auch auf Deutsch gesungen hat. Es beschreibt die schleichende Entwicklung von einer romantischen Liebe bis hin zu einem Couch-Potato. Du bildest dir doch wohl nicht ein, du könntest reizvoll für mich sein, mit deinen unbedeckten Knien, wenn deine Strümpfe Wasser ziehen. Du läufst im Morgenruck herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um, im Haar der Baumen kreuz und quer. Die Locken weglein und her und schiefe Hacken obendrein, die fiel ich nur auf sowas heil. Was hat Udo Jürgens, Bettina Wegner, Hildegard Knef, Ina Müller miteinander zu tun? Ja, sie liegen zum Beispiel alle nebeneinander bei mir in meiner Platte oder CD-Sammlung. Für alle, die nicht mehr wissen, was eine Schallplatte ist, also so sieht sie aus, und normalerweise liegt sie auf einem Platten-Teller. Wer schaut das an? Also ich merke, ich bin die Einzige, die das anschaut. Also ich schaue das, wie Sie vielleicht sehen, ich schaue es an, aber ich befolge es nicht mehr. Die Party heute Nacht war der Brinner, das Bier schmeckte auch. Nun hab ich als Partyknüller den Kerl am Bauch. Ich tat so viel für diesen Mann, rief auch die Sterbehilfe an. Doch er bleibt rüstig. Er heißt Karl-Heinz, ich bin die Ruth. Er ist gesund, mir geht's nicht gut. Er heißt Herr, ich bin die Gute im Kopf, aber das war ein bisschen zurück. Er ist gesund. 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 Untertitelung des ZDF, 2020